Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Mittwoch, den 16. Oktober. Heute haben wir dabei Made by Google, LinkedIn, Deutsche Telekom, Masterpass und Apple Pay. Beginnen tun wir mit Made by Google, das war der große Hardware-Event von Google in New York und da wurde einiges vorgestellt und da gehen wir einmal kurz durch. Der Gaming-Streaming-Dienst von Google Stadia oder wie auch immer ausgesprochen wird, der startet jetzt am 19. November. Ja, wissen wir das auch, könnt ihr euch drauf freuen, wenn ihr da Lust drauf habt. Es gibt neue Pixel Buds, das ist praktisch der AirPod-Konkurrent von Google. Kleine Nöpsis fürs Ohr, mittlerweile auch in so einem Käse wie die Airpods und kosten 179 Dollar, kommen halt mit dem Käse. Das kann nochmal 24 Stunden zusätzlich reinpowern, ansonsten haben die Dinger geladen, 5 Stunden Power. Dann gab es ein neues Pixelbook und zwar das Pixelbook Go. Das ist eher so ein Higher-End Pixelbook. Kostet in den Starten 649 Dollar, beziehungsweise startet da, man kann ja wieder verschiedenste Varianten kaufen. Hat 13,3 Zoll, 16 GB RAM und kann halt bis 256 GB hochgehen. Und hat 12 Stunden Akkulaufzeit. Ja, wiegt auch noch 2 Pfund, was das in Kilo ist, weiß ich jetzt gerade nicht. Dann gibt es Nest Aware, das ist der Cloud-Dienst von Nest, wo die Kameras ihre Informationen reinschieben. Das kostete pro Kamera pro Monat und war gar nicht mal so günstig und das wird jetzt gebundelt. Man zahlt einmal monatlich zum Beispiel 6 Dollar und hat dann 30 Tage lang halt die ganzen Aufnahmen in der Cloud. Man kann auch noch mehr machen und da hat man mit 12 Dollar beispielsweise 60 Tage. Und es ist egal, wie viele Nest Kameras man angeschlossen hat und das Ganze soll Anfang 2020 kommen. Ich weiß nicht, ob das so interessant ist und verstehe auch nicht das Pricing dafür. Das geht doch auch günstiger. Oder mit Bordmitteln daheim. Dann gibt es ein Nest Wi-Fi. Das ist praktisch der Nachfolger zum Google Wi-Fi. Also kein Google Wi-Fi mehr. Es gibt jetzt Nest Wi-Fi und das ist nicht nur mehr der Nachfolger und nur ein Wi-Fi-Mesh-Router, sondern auch noch ein Smart Speaker ist integriert. Ja, das Ganze irgendwie zusammengedüttelt in so einen großen weißen kleinen HomePod. Also es sieht aus wie ein HomePod in der Hälfte der Höhe. Ja, kostet beim Zweierpack fängt es in Amerika mit 269 Dollar an. Dreierpack geht für 349 und startet dort am 4. November. Und wie gesagt, alles von Google wird irgendwie jetzt Nest, denn das ehemalige Google Home Mini ist jetzt das Nest Mini. Ja, sieht auch noch immer relativ ähnlich aus. Unterschied ist, dass es jetzt auch ohne Zusatzmittel an der Wand angebracht werden kann. Soll auch besseren Bass mitbringen und kommt ab 22. Oktober für 49 Dollar. Und ja, das hat man eher erwartet. Das ist ja schon mehrfach geleakt. Zu guter Letzt, es gibt neue Pixel-Smartphones von Google. Und zwar das Pixel 4 und das Pixel 4 XL. Ja, was soll man dazu sagen? Man wusste eh schon viel und wenn euch die Details interessieren, dann guckt mal in die Show Notes. Da ist ein Link drin. Dann wisst ihr, was das neue Flagship-Smartphone von Google so kann. Denn am Ende tun die sich ja jetzt alle nicht mehr so viel. Es sind kleine Blöcke mit schwarzem Glas und ganz viel Power. Das war's zur Made by Google. Und jetzt kommen wir mal zu den anderen Sachen, die noch anliegen. LinkedIn. Die haben ein neues Feature vorgestellt, was in englischsprachigen Ländern ab morgen zur Verfügung steht. Und da zwar Events. Das ist, wie der Name vermuten lässt, ein kleines Planungstool, ein Menüpunkt, der in LinkedIn integriert ist, mobil und am Desktop, mit dem man Veranstaltungen in der echten Welt planen und organisieren kann. Ja, das ist jetzt auch nicht die Riesen-Innovation. Das hat Sing unter anderem mit Sing Events. Das ehemalige Amiando hieß das, glaube ich. Und dann gibt es natürlich den Platz hier schon Eventbrite, über welches ich zum Beispiel meine Veranstaltungen plane und, ja, Ticketing mache. Also, auf jeden Fall spannend. Macht auch absolut Sinn in dem Kontext, bei LinkedIn sowas zu entwickeln und zu integrieren. Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren und am Anfang soll es auch komplett frei sein. Schauen wir mal, ab wann die damit auch Geld verdienen wollen. Ja, wer auf jeden Fall immer Geld verdienen will, ist die Deutsche Telekom. Und die hatte sich erst zum Ziel gesetzt, bis zum Jahresende 98% der deutschen Bevölkerung mit LTE abzudecken. Und von Juni bis August haben sie wieder hart gearbeitet. Und durch den Ausbau kamen 200 neue LTE-Standorte dazu. Das bedeutet 4.500 neue LTE-Antennen und damit können 84.000 neue Haushalte ins LTE-Netz. Sehr schön, es geht voran. Das Interessante ist aber, dass 75% der Telekom-Standorte mit diesen LTE-Antennen mittlerweile auch schon 5G-ready sind. Und, ja, da freue ich mich mal drauf, wenn wir dann auch mal ein paar 5G-Endgeräte im Markt haben und auch Apple damit zieht. Dann kommen wir zu Mastercard und Masterpass. Ja, Masterpass wird sich vielleicht der eine oder andere fragen, was ist denn das? Das war eine Plattform von Mastercard, in der man sein Profil eingerichtet hatte. Und dann konnte man damit praktisch mit einem Klick mit seiner Mastercard bezahlen, weil die ganzen Profildaten schon hinterlegt waren. Das gibt es unter anderem, ja, auch bei Amazon und bei Paypal und anderen Konsorten. Und so richtig ist die Plattform nie ans Fliegen gekommen. Es gab regelmäßige Aktionen, damit man sie überhaupt nutzt, also wo man wirklich teilweise halt 20 Euro frei bekommen hat, wenn man was gekauft hat damit. Ja, aber auch das hat nicht geholfen. Also 2015 eröffnet und jetzt in 2019 wird es zumindest in Deutschland erstmal geschlossen. Also ihr bekommt eine Info, wenn ihr da angemeldet wart und zwischen dem 4. und 7. wird es geschlossen. Danach kommt entsprechend, wie gesagt, die Info an euch, dass euer Profil gelöscht wurde. Ja, ich glaube, viele werden es nicht vermissen. Was aber viele vermisst haben, war halt bei diversen Banking-Anbietern bzw. Banken generell die Integration von Apple Pay. Und so langsam schließt sich ja der Kreis nach einem Jahr. Und zum Beispiel ist jetzt auch die ING lieber endlich dabei. Denn da kann man jetzt auch seine ING-Karten ins Wallet bei Apple packen, hat dann Apple Pay und kann halt mit seinem iPhone bezahlen. Das zum Ende des Tages. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen tollen Mittwoch. Bleibt positiv. Ich steige nachher in den Flieger in Richtung Hongkong. Und deswegen wird der Martin mich für morgen vertreten. Aber wenn alles so rund kommt, rund läuft, dann hören wir uns zum Ende der Woche nochmal wieder. Bleibt mir treu. Bis dahin. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.